Für alle Fälle wird Ihnen präsentiert von der Barf Ranch. Ihr Experte für die individuelle Ernährung ihrer Fellnasen in Nürnberg und Gunzenhausen. Hallo und herzlich willkommen zu Für alle Fälle. Wir fangen heute mit einem der kleineren Hunde an hier im Tierheim. Mit unserem Kahn Karl, dem Buso. Wie alt ist er, wo kommt er her? Ja, der Buso ist knapp drei Jahre alt, stand in der eBay-Kleinanzeige. Ja, er wurde halt gefunden. Die Finderin hat ihn auch eine Stunde verfolgt, bis er ihn wirklich kassieren konnte. Also die Finderin war wahrscheinlich schon die Finderin, außer die ganze Story war erfunden. Das wissen wir natürlich nicht. Wir haben ihn auf eBay-Kleinanzeigen gefunden. Deswegen wissen wir, dass er knapp drei Jahre alt ist. Da stand auch drin, dass er eben Hunde und Kinder mag. Also Kinder würde ich so unterschreiben. Bei Hunden würde ich sagen, entscheidet die Sympathie. Also ich habe ihn hier schon mit einem anderen Kahn Karl auch ausprobiert. Das hat sehr gut funktioniert. Aber ich glaube schon auch, wenn es einen Hund gibt, der viel von sich hält, dann könnte es, glaube ich, Ärger geben. Bei den Kaninchen haben wir heute auch ein besonderes Pärchen. Tatsächlich zwei Kaninchen, für die es sehr schwierig war, den passenden Partner zu finden. Aber ihr habt jetzt tatsächlich, passt super, ne? Lieber auf den ersten Blick war es. Die beiden sind aber nicht nur, was das angeht, speziell, sondern haben schon auch spezielle Anforderungen an ihr neues Zuhause. Erzähl mal ein bisschen. Genau, also der Muffinman, der Hübsche hier, hat keine Schneidezähne mehr. Da muss man halt auf die Ernährung achten. Und wie man sieht, ist er auch sehr komisch. Sieht sehr lustig aus, aber er kann halt nun mal nicht anders. Er bekommt halt noch geraspeltes Gemüse, aber so an sich muss man auf nichts mehr achten. Außenhaltung ist halt nicht möglich, da er ein Teddy-Mix ist. Das heißt, er kann keine Unterwolle produzieren. Deswegen geht leider nur in den Haltungen. Den Hugo möchten wir heute gerne zum Schluss vorstellen. Unschwer zu erkennen, eine französische Bulldogge. Er ist als Fundhund bei uns gelandet, leider nicht im allerbesten Zustand. Also das Auge war in einem grauenhaften Zustand, da war auch nichts mehr zu retten. Das mussten wir entfernen dann tatsächlich. Ja, das war, also musste weg. Es war völlig sinnlos noch. Er kommt aber mit einem Auge prima klar. Geschätzt haben wir ihn jetzt auf ungefähr sechs Jahre. Also für mich ist es einfach ein typischer Franzose, da werden jetzt die Franzosenmenschen aufschreien. Aber er ist ein Franzose. Er sagt, mag ich, mag ich nicht. Wenn ich nicht mag, dann lass mir meinen Frieden. Also wenn, dann würde ich es ohne Kinder, weil dafür ist er einfach zu eigen. Pärchen, ja, aber keins, wo sehr viel miteinander kuschelt, weil das mag er nicht. Trotzdem würde sich Hugo sehr freuen, wenn er sein Zuhause findet. Anmeldungen unter der 0911 919 890. Schönes Wochenende, bis hoffentlich bald. Schönen Abend, tschüss. Für alle Fälle wurde Ihnen präsentiert von der Barf Ranch. Ihr Experte für die individuelle Ernährung Ihrer Fellnasen in Nürnberg und Gunzenhausen.